hallo leute willkommen zurück bei lego harry potter wir sind noch im vierten schuljahr haben es ja auch erst angefangen und wir schauen wo es jetzt hingeht vielleicht geht es ja sogar schon auch ne rita kim korn ist das ich dachte schon wer ist das denn ich mag diese frau mal so gar nicht ja vielleicht gibt es auch schon zur ersten prüfung aber hier ist fred george also was ist jetzt phase zaubertrankunterricht die alterungslinie brauchen wir dann eine banane bei einer ein bisschen gras und eine schlange da ist das was drin hier fehlt noch was ich will stark davon aus dass da noch was fehlt haben wir hier alles so da kommen wir nicht ran hier sind büchlein was wir brauchen also hermine du bist drohen hhirn jetzt nur geld nur charakteren und bad könnte diese lieb ja ok also schaut das so aus als ob die sie höchstwahrscheinlich hat ihn über die ahnung hier schaut es wahrscheinlich so aus als die kretze haben wir nicht mehr als ob am fahrt verloren als ob die sich in dann wieder verwandeln ist da ein vogel oder kommen wir nicht rein was soll denn das haben wir jetzt hat er macht es kaputt oder was alles klar das ist ja nice ach so das war echt so bei nana gibt mir die bananer ich habe die bananer und weg ist so was haben wir jetzt noch ja ja das haben wir gerallert das könnte man kaputt schießen das schluss gut was man alles so durch zufall herausfindet einfach stehen bleiben dann geht es schon und noch mal sehr cool und da haben wir das krass so es wird nur die schlange wo ist hier aber eine schlange da oben könnte was sein hermine wir brauchen dich noch mal so wie das wir nur geld drin und wird mir hat nicht die taste nehmen sehr voll unhöflich hey ich drücke doch noch links ich steppe ja ja ich habe das falsch links gedrückt hätte mit w h h s d ha 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 oh wei wei hier müssen wir was zusammenbasteln was wird das ja ja und okay aber müssen die verschiedene farmen mixen oder was wir kriegen die gelben topfchen ach doch jetzt 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 ja okay verstehe so haben wir jetzt grün aber flabber cool das war flabber so und jetzt noch orange zack und dann noch mal gelb bitte nicht nicht blau gelb danke was machen wir jetzt also dass dann müssen die schlange war ja wohl snake so haben wir jetzt in alterung das zeichnet zu sehr auch sehr geil so da frage ich mich jetzt aber eigentlich wozu wir den doch brauche so haben wir das geschafft nick wo geht es jetzt hin hier ja wohl hier geht es lang also wir haben den alterungstrank jetzt erlernt aber was sollen wir mit dem machen ach kim korn hau ab ey ich kann dich nicht leiden also geh es geht ach jetzt kommt bestimmt die auslosung gehe ich jeweils mal von aus ja hey c'est cool os Cedric Harry Potter Geh da hin, du bist jetzt ein Triemarischer Champion Champion Ist das jetzt schon die Überleitung für die Drachen? Oder, dass wir jetzt einfach nach Hagrid sollen und er zeigt uns die Drachen? Oder, was hätte das jetzt für eine Überleitung sein? Naja, weg Müssen wir hier lang? Ne, müssen wir natürlich nicht Also was anderes könnte ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen Warum ist hier ein Kobold? Interessant Oh, es regnet It's rainy Rainy day Voll uncool Ah, schön, dass es mal regnet Ah, hier Maffoy Bläh, deswegen immer herrlich Bläh Einfach mal hinterher gröl Bläh Aber ich bin trotzdem gespannt Kommen jetzt die Drachen? Also, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern hier Ich glaube, ich habe in das vierte Jahr nie zu Ende gespielt, glaube ich Ah, vielleicht Äh Du hast ja was auf dem Kopf Ha, ha, ha Oh, weia So Nein, Hagrid, dann zeig mal, was du hast Ja Die Drachen Das müssen wir bestimmt mit den dreien dahin gehen Oder auch nicht Äh Das Auge Ja Wir müssen da hingehen Ach, doch, doch Hier kann ich mich rein erinnern Genau Doch, doch So Uff Äh Da So Kling Ich liebe sowas Zing, zing, zing So Hochrollen geht ja schlecht Jetzt brauchen wir noch eine grüne Mommel Äh Äh So, nicht Auf einmal nur warten, bis der weg geht, oder was? Boah Ach, verdammt Okay, da brauchen wir schon mal Immobilus dahinten Ja, so weit können wir nicht zielen Ohne mal ein Feuer weg Ah, wieso komme ich jetzt auf eine grüne Mommel Nee, okay, wir müssen jetzt mit der Mommel doch was Kann Hagrid vielleicht Was mit der Mommel Ah, oder fang? Komm, fang da rein Nee Komm, fang hier durch Nee Hä? Weiß Ding aufs Schlauchen Ach, er hat Er hat jetzt auch nur noch Nee, er hat noch die anderen Okay, er hat nur Mehr hat er nicht Ach, er kann das aufschießen Ah Verstehe Ah Verstehe Ah So Kling Ach, das war ein Dracheneier Ach so Ah Ah Oh, es ist nicht süß Dit is Liebe Dit is Liebe Dit is Liebe, sag ich euch Ja Sing, sing, sing Ich mag diesen Immobilus Zauber mal sogar nicht eigentlich Da man zweimal schießen musste Das ist immer voll uncool Ach, das war was mit dem Ziehen Ah Ach, bestimmt, dass die Brücke hier runter geht Jawollo, sag ich doch Ah, okay That's very uncool Aber that's very egal So, einmal Lumos Sing Äh, weg Halt einmal zurück Ah, hier kann man schon was bauen Ach, da oben ist Ach, das ist ja so ein Trampolinpilz So, fang Du kannst hier buddeln Buddel Ah, eine Truhe Okay Ach, das ist was aber für böse Zauberer Das hat rot geleuchtet Boing So, Halgrid Du kannst wieder mal ziehen Mein mächtiger Kompagnon Ach, hier ist der nächste Drache Äh Rotgelb Aha Das ist ja geil Das ist ja geil Grün, gelb, blau Das ist geil Wut Grün Nein Ah, Menno Aber wieder Häppbänk Das ist so geil Grün Grün Gelb Blau Rot Gelb Blau Grün Ups, daneben Rot Gelb Blau Und Grün Ha, ist das geil Der Drache fetzt ja Na komm, geh mal vorbei Oh Oh Fehlte jetzt nur noch ein Drache Geh fang, du kannst hier, wo ist ein Harry? Harry ist weg Da ist auch wieder rot markiert So, jetzt noch mal Wasser Ah, hier, Brandlöschen Hä? Hat er aber nicht gemacht Hä? Hat er aber nicht gemacht? Hä? Okay, wo man hatte das jetzt aber nicht gemacht So, mal voll tanken Ah, man muss ja drüber. Ah, okay. Das ist Psyst. Also quasi immer eine Ladung pro Feuer. So, rüber. So, jetzt wird's kleiner. Okay, auch wieder alle. So, dann tun wir nochmal rein. So, das Feuer machen wir mal noch und dann ist der Part vorbei. Wisst ihr, so lange Parts mach ich ja nicht mehr. Zack. Okay, bauen wir noch die Treppe hier. Dann sind wir bei 17 Minuten gleich. Dann reicht das. Ach, mit dem kriegt man nix. So. Okay, Leute. Dann kommt jetzt der letzte Drache. Nee, der vorletzte, das ist der vier Drachen. Ein Eisdrache oder so, ne? Sieht jedenfalls so aus. Okay, dann machen wir bei diesem Drachen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet Spaß. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben. Der Flasti wird's bestimmt machen. Bis dann, macht's gut.